Dann machen wir das hier mal. Okay, gut. Ist hier irgendwie... ...was, was ich mitnehmen kann. Was bist du denn? Ich glaube, ich hab's noch richtig gemacht. Drache, ja. Kreativer Name. Der sieht aber auch ein bisschen... Ich heim mal Terra. Hier, dann noch ein paar Später. Komm, können wir ihn noch beklauen? Ich schnaufe. Bei Potions. Oder High Potion. In Theorie. Und fertig. Wo geht's denn hier links? Ja, kann man den Schalter drücken. Okay. Der war aber noch ein zweiter Weg, ne? Ähm, und noch... ...was anderes. Gab's da noch einen Weg? Ich hab's, glaube ich, verkackt. Rauben. Ja, ungenau ausgeführt. Ja, genau. Da drauf. Äh... Du kannst auch draufhauen. Hier. Der gute, alte... ...Lock kann jetzt mal heilen. Wenn er mal dran ist. Ja, da. Vitra auf, äh... Shadow bitte. Und... Du haufst drauf. Wo drauf. Okay, ich muss ein Vitra auf alle machen. Ich hab's verkackt. Okay, gut. Das war aber auch ganz schön knapp. Alle haben ganz schön... Äh... ...wenig HP. Nicht ausrüsten. Fertigkeiten. Lock. Vitra. Alle. Wo geht's denn hier längs? Oder gehen wir gerade rückwärts? Kann doch gut sein, dass wir gerade rückwärts gehen. Ja, wir gehen gerade rückwärts. Ähm... Also quasi haben wir eine Abkürzung freigeschaltet. Aber da war noch ein... ...anderer Weg, den ich dann gerne gehen würde. ...und aber immer noch ein Vitra füllen. Sabin. Hau drauf. Hau drauf. Blitz-Tag. Hör mal auf. Ähm... Hau drauf. Oder besser gesagt Raum, aber ist ja schon zu Ende. Ihr macht halt noch einen Bodenwurf, wenn er stirbt. Ja, Blitz. Also ganz viele Sachen gelernt. Und Einhorn können wir jetzt auch austauschen. Gegen Kirin. Können wir noch Regenau und Emanüse lernen. Äh... Und du... ...ichst da an Seren. So. Und dann Fertigkeiten. Lockern ein bisschen heilen. Ein bisschen heilen. Dürfte eigentlich reichen. Oder ist sogar vollgehalt. Ich geh nochmal hier längs. Weil ich nochmal zu dem anderen... ...Rohr. Oder was auch immer, wie man es nennen soll, gehen wollte. Ja, kacke. Das Schlimme ist... Das Schlimme ist... ...das dauert so lange, die Blitz-Techniken einzugeben... ...und dann... ...nicht nur, dass man ein bisschen Zeit verschwendet, wenn man falsch eingibt. Man verschwendet auch eine Runde. Was natürlich alles dumm ist. Ja, Stufe 4. Das ist nur auf... ...Saben. Aber er überlebt. Rot, Stufe 5. Nur... ...Shadow. Aber er überlebt. Gut. Wollen wir mal ein bisschen heilen. Kann eigentlich... ...Saben kannst du eigentlich heilen? Ja, du kannst auf, Vita. So heil ich mal. Ähm... ...weil deine MP benutzen wir fast gar nicht. Dann roll ich nochmal hier durch... ...und gucken, wo wir da landen. Vielleicht... ...an einer Kiste? Oder... ...das Äquivalent von einer Kiste? Okay, hier. Okay. ...wahrscheinlich auch eine Abkürzung. Hier kann man ja her. Verkackt. Rauben. Angriff. 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 Das Terra jetzt... ...stumm ist es nicht mal so gut. Ich mal so gut. Das wollte ich sagen. Ja, so ein Doh. Rufenkack. Kann einer außer Terra... ...Engel? Nicht ausrüsten. Oh, so ein Scheiß. Bin ich wieder... Ich mein, ich hab über 40. Aber trotzdem. Besser immer ohne... ...item Pfeilen. ...besser... 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 ...auf Save... ...in... ...ich dachte, er wurde... ...okay, er wurde jetzt getroffen. Aber tatsächlich wurde Shadow getroffen. Äh, Blitz-Tag. Blub, 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 blub. Hoben. Wird schon tot. Saben. Wieder auf alle. Komme ich denn da runter jetzt, ist die Frage. Ach so, ich komme. Ja, deswegen war da die Treppe, wo ich dachte, da kann man gar nichts machen. Und dann nehme ich hier rüber. Oh, unten tut weh. Ich bin schon zwei Stunden am Aufnehmen. Fast. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ähm. Ich glaube, bei Stunde eins oder so bin ich hier hochgeflogen. Oder etwas nach Stunde eins. Also bin ich... Also bin ich... Ah, ich kann hier vielleicht also eine Stunde hier rumlungern. Das geht gar nicht. Oder? Das ist doch weh. Die drauf, alle. Oh, drauf. Ich bin hier drauf. Ein Platin-Drache. Okay. Ähm, ja. ja lieber und die drauf alle jetzt Papyrus was das war ich glaube ein normales Vita reicht da auch wenn Shadow ein bisschen angeschlagen ist es wäre eigentlich gut wenn du Kirin lernen würdest weil dann kannst du Dinge zu lernen warte mal dann könntest du auch da halt Shadow benutze ich nicht als Magier dann könnte er nämlich folgendes machen nämlich Magieansatz ich habe dann könnte er folgendes machen gesagt weil ich vergessen habe was ich sagen wollte oder fällt mir wieder ein was ich sagen wollte könnte er heilen komm werf mal so ein Sternchen geh da ein bisschen schneller von starten ich muss ja auf alle machen ich habe für einen Moment vergessen wie das ging nochmal auf alle zaubern ja mach einfach irgendwas ich habe da voll reingeschissen darf noch mal ein Ninja Sternchen oder auch nicht saveen nicht ausrüsten Fältigkeiten saveen Vitra auf alle wie viele Eta habe ich denn 19 wow ähm das ist nicht gut ich hoffe einfach dass wir bald wieder zelten können ok dann kommen wir da hin aber da unten ist auch noch ein Weg ähm RS Flügel gestohlen nochmal Vitra wir haben auch nicht Osmose oder wie auch immer das hier heißt in dem Spiel oder können wir es lernen dann soll ich das am besten Tera geben Tera hm ok dann nicht ähm Elixiere habe ich ja auch noch ein paar ne ne saveen aber mir geht auch so die MP mit saveen so ein bisschen aus aus was ne hier da war das hier haben wir irgendwo sowas wie Osmose also bis mal kammer gelernt um ihn niemals zu benutzen von Engel Vitra Vita Regena Medica aber auch was gelernt Seraph ohne das Thema zu haben ne bin doof ah da ist ein eine eine Baskenmütze kann er nicht tragen kann sie nicht tragen kann er nicht tragen er kann eine Baskenmütze tragen wahrscheinlich Relm weil sie Künstlerin ist und Künstler tragen so ein Zeug muss ich wissen ich bin auch Künstler ich trage auch den ganzen Tag Baskenmützen nix anderes ok rauben hier haut drauf haut drauf dann kann Lock wieder heilen nachdem also eigentlich kann es selben so lange heilen solange wir nicht äh Eta haben oder ein Zett eingesetzt haben oder sowas ok hat Yvonne gelernt dann kann er Shiva lernen guck mal denn hier aus oh hier geht's weiter oder hier gibt's nur einen Speicherpunkt jetzt da ich sollte erst heilen und speichern bevor ich herausfinde ob es da weiter geht Pökelfleisch ok ich bin Pökelfleisch um ehrlich zu sein außer kann man damit heilen ich weiß dass ich das brauchte für Gau ins Team zu bekommen ok ist das wirklich nur um kurz mal zu speichern wenn dann fühle ich das ganz ok aber ich muss alle na toll ich muss alle Dinger nochmal neu drücken Raum mit Steg war gerade am überlegen was ich hier machen muss genau ausgeführt Raum da geht bei ihm nicht aus irgendeinem Grund ok Rockland tot da geht's dann anscheinend weiter ich hoffe das geht nach links genau weil da irgendwo noch eine Truhe ist die ich noch nicht genommen habe da ist mein Luftschiff unten ankert die Blackjack zurück an Bord äh nein schade oder ist das einfach so wie es weitergeht ja ich mache meine diese an das Imperium verkaufen ich bin es nicht wert an eurer Seite zu kämpfen meinen Kontinent ansteuern kurz auf den magischen Kontinent drei Gefährten bleiben am Deck ok hier ist wirklich wenn man nochmal die Welt besuchen will ok um sich einzudecken mit Zeug äh was vielleicht auch gar nicht mal verkehrt ist wir haben ja Cola und äh ich nehme es heilen mit fliegen ok ne da ist du mal äh ich brauche irgendwie was was Heidrinke verkauft dann gehen wir mal äh gehen wir mal kurz hier hin hier müsstet Heidrinke haben ne Zen bist du auch aus Dingens ne sicher kehren jetzt bald Jungenheimen die man zum Dienst in der Imperialen Armee gezwungen hatte ich dachte du wärst aus ähm Vektor ähm so viel ich tragen kann bitte wenn man kaufen kann ja äh dann nochmal sieben Zelte oder sieben zwanzig die zehn meine ich ein paar phoenixfedern sagen wir mal wie viel Geld habe ich denn noch sagen wir mal 25 das wird dann erstmal für eine Ewigkeit halten dann sagen wir nochmal 19 Echo rauch bei Wasser würde ich erstmal genug sagen vielleicht noch ein paar gelbkirchen und tropfen auch mal sieben und äther kaufe ich so viel ich kann so ich könnte noch mehr kaufen wenn ich mein Zeug verkaufen würde aber vielleicht brauche ich noch irgendwann Geld deswegen verkaufe ich erstmal noch nichts ich wollte speichern auch wenn wir gerade eben auf den magischen kontinent gespeichert haben was soll ich trotzdem nochmal speichern ok wieso kommen die eigentlich auf die Idee nur drei Leute zu schicken anstatt vier oder mehr ähm ich meine jetzt macht das Sinn wegen äh Shadow aber vorher hat es keinen Sinn gemacht ok jetzt irgendwo hier müssen Gestalt und Kefka stecken und das kriegst Triumvirat ok du kommst mal wieder mit aber aber was hat das Schicksal unsere Wege gekreuzt ok dann können wir uns nochmal hier also können wir hier nochmal kurz speichern rauben blitz tag hoh drauf hoh drauf äh rauben wieder auf Terra das noch mal auf wieso macht das jetzt auf einmal so viel Schaden der Lebensplatz hat das wohl ich sagen bin ich irgendwie nicht so toll wie haben wir gelernt hier Kirin kann weg und dann kannst du Kettelpuss lernen Juh Versteinerung und Tod was ist denn Phantom hatte ich Phantom vorher auch schon Pups und Nihil und Gravitas der Funke Bismarck ok guck mir ja Espar das wäre schön ich teile erstmal mit bei Purschus und dann müssen wir hier nochmal den Weg nochmal finden naja mir fällt wieder ein dass ich ja so eine Sache machen kann aber das kann ich auch nicht überall machen mein Rücken ich weiß nicht weil ich so stehe wollte ich sagen weil ich so komisch sitze warte 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 weil das Mikrofon so nah an mir dran ist konnte ich mich so komisch bewegen so wird schon ein Schuh draus ok auf Terra erstmal ja war ja nix ja toll bin ich abgerutscht am Gamepad das ist nicht so toll äh alter ich wollte gerade sagen dass nicht so toll dass Shadow weg ist das geht glaube ich gar nicht bei ihm oh oder doch bei keineren Gegnern geht das aber teilweise nicht äh äh Engel auf lock Okay, dann würde ich direkt ... Okay, können wir vergessen, weil der Kampf schon vorbei ist. Ich muss irgendeinen Weg übersehen haben. Ja, es ist doof, dass ich jetzt von der Plattform runtergegangen bin, also von dem Kontinent besser gesagt. Weil jetzt muss ich hier nochmal alles machen, alles rätselmäßige und das ist doof. Vielleicht Stufe 4, nochmal Shadow ... Ist das auch weh? Dann nicht heilen ... denn jetzt ... Äh, mehr Potions ... Okay, da haben wir schon gelootet ... Okay, hier können wir lang ... Ja, können wir auch lang ... Okay, gut ... Also das hat nichts geändert, dass ich mich anders hingesetzt habe ... Mir tut immer noch der Rücken weh wie Sau ... Okay, ich glaub, das war jetzt nicht so gut ... Äh ... Magie ... Mitra auf ... äh ... Säben ... Angriff ... Oben ... Jetzt Tag ... Na, besitzt nichts ... Schneestorm ... Na, können wir einfach angreifen, ne ... Wir müssen nicht unbedingt teilen ... Ich mein, wir leveln gut, wenn wir hier sind ... Aber ... Geht ja auch nicht der Sinn der Sache, ne ... Mein Level ist immer gut ... Aber ... Jetzt unnötig leveln ... Ist ja auch ein bisschen doof ... Ich bin jetzt in der Kamera ein bisschen kleiner geworden ... Weil ich schon nach hinten gerückt bin ... Kann man jetzt auch von halten, was man will ... Aber ich bleib erstmal so, weil ... Wie gesagt, der Rücken tut mir weh ... Aber das hat ja auch nicht wirklich geholfen ... Nach hinten rücken ... So ... Die ist eh stumm ... Also können wir eh draufhauen ... Nicht werfen ... Einfach draufhauen ... Shadow ... So ... Ich weiß ... Ich rede wirklich nicht viel bei den Kämpfen ... Aber ... Das ist das letzte Final Fantasy ... Am Stück ... Was ich spiele ... Also nicht am Stück ... Also ... Subspirit gelernt ... Wieso hast du Subspirit gelernt? Ja ... Er lernt Subspirit ... Shiva ... Ich hab Subspirit die ganze Zeit ... Und ich bin am überlegen ... Ich ... Hast du das denn schon gelernt ... Terra ... Wo steht denn Subspirit? Wahrscheinlich hier bei dir ... Ich vergesse mal diese ... Wo steht denn Subspirit? Da ganz unten ... Da ganz unten ... Das ist nur eins ... Hast du das schon gelernt, Terra? Ja, hast du ... Und ... Dann ... Dann können wir gleich noch mal ein bisschen ... Äh ... Gängens holen ... Äh ... Bisschen MP ... Warten ... Warten ... Warten ... Warten ... Warten ... Dann können wir ruhig mal ein Subspirit einsetzen ... Hau drauf ... Ist Tag ... Blub blub ... Blub blub ... Wie viel krieg ich? Hundertvier ... Wunderherrlich ... Wer braucht denn noch ... Äh ... Sieht ja okay aus ... Und ich glaub Sabin hat gar kein Subspirit ... Deswegen ... Doch das hat er auch grad gelernt ... Ich voll Idiot ... Was war aber ... Äh ... Dann ... Würde ich sagen ... Mal Vitra ... Weil wir Subspirit haben ... Bin ich jetzt ein bisschen ... Willi-Milli mit dem MP ... Deswegen können wir uns mal ... Contail ... Ich hab hier schon ... Ungenau ausgeführt ... Fuhstufe 3 ... Das ist nicht so gut ... Wie kriegt das? Okay ... Angeblich nur ... Aber ... Er hat's ... Äh ... Also abgewehrt ... Hm ... Er hat's gar nicht erst ... Äh ... bekommen ... Okay ... Wo geht's hier nochmal lang ... Naja ... Das wär die Abkürzung ... Augen ... Angriff ... Und ... Mitrauf ... Alle ... Angriff ... Witz ... Äh ... Hier ... Hier ... Hier ... Hier ... Hier ... Und da ... Guck mal ... Rauben ... Angriff ... Äh ... Würde ich lieber nochmal ... Na nun ... Wieder ... Aufsabern ... Ah ... Jetzt Brutlock auch ... Aber egal ... Ich muss gar nicht aufhören ... Und mich irgendwie ... Ein bisschen hinstellen ... Oder so ... Oder ... In ... Die Lehne ... Reinlehnen ... Oder sonst was ... Aber mein Rücken ... Tut mir gerade so weh ... Also nix ... Da habe ich irgendwie ... Was gemacht ... Was ... Also heute ... Was gemacht ... Das den Rücken kaputt macht ... Wir nehmen einfach nur ... Übergewischt zu haben ... Ähm ... Ja ... Phantom ... Ich bräuchte hier ... Einhorn ... Aber ... Es hat gerade ... Das selben ... Okay ...